Catch-up Winter Sports ist ein lustiges Arcade-Wintersportspiel, das trotz des einfachen Spielprinzips nicht so schnell langweilig wird. Um den Highscore zu knacken, muss man sich in verschiedenen Disziplinen versuchen. Das ist schwieriger als gedacht. Mit etwas Ausprobieren hat man aber bald den richtigen Rhythmus raus. Catch-up Winter Sports ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Schon der erste Teil von Snowboard Party war ein Erfolg. Mit dem Nachfolger Snowboard Party World Tour ist den Spieldesignern von Maple Media ebenso ein tolles Snowboard-Spiel gelungen. Die insgesamt 21 Level sind aufwendig designt und bieten viel Abwechslung. Snowboard Party World Tour gibt es kostenlos für Android und iOS. Altos Adventure ist viel mehr als nur ein Wintersportspiel. Die Entwickler des Indie-Studios Snowman haben eine fantastische Spielwelt geschaffen, mit toller Grafik und Effekten. Die Besonderheit ist, dass die Level während des Spielverlaufs generiert werden, wodurch Altos Adventure buchstäblich zu einer endlosen Snowboard-Irrfahrt wird. Aber auch hier muss man Snowboard fahren und Punkte erzielen. Das schafft man mit Tricks und aufwendigen Kombinationen, was durch das flüssige und dynamische Gameplay einen Riesenspaß und Altos Adventure zu einem absoluten Top-Tipp macht. Die App gibt es kostenlos für Android, iOS-Nutzer müssen leider 5,49 Euro bezahlen. Treueh ... ... Untertitelung des ZDF, 2020